Ja, wir fahren heute ein Rennen mit dem Liberator. Nennt sich Liberator Parcours. Und ja, wir sind gespannt, wie es wird. Mit dabei wieder der Jan. Hallo. Hallo. Wir sind noch voll in Weihnachtskleidung. Wir haben gerade zwischen Weihnachten und Silvester. Haben eigentlich gedacht, dass der Schnee noch da ist, aber der Schnee ist nicht da. Also der kommt wahrscheinlich erst wieder Silvester. Der kommt hier wahrscheinlich. Der kommt Silvester wieder. Dann sehr gut. Und dann geht erstmal was in die Luft. Oh ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich hasse diesen Windschirm. Wie du bei mir total geleckt hast, bist plötzlich dagegen gefahren. Alter, ist hier nicht so gut bewertet. Das muss hier irgendwas damit sein, oder wie? Jetzt wird er. Ja. Aber das ist ein ganzes. Ja. 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 Aber das ist auch nicht so gut. Ja. 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 Ich seh nix. Da ist ein Baum im Weg. Da ist kein Baum im Weg. Ja doch, bei mir. Bei der Kamera, Mann. Ey, hör mal. Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Oh, das ist ein Baum. Oh, das ist ein Baum. Oh. Hahaha. Tschüss. Ja, Alter. Da musst du noch irgendwas kommen, was nicht möglich ist. Ja, Gegenverkehr. Hätte man ja ausschalten können. Ja. Mann, ey. Zwei LKWs. Ah, hab ich fast die Auswahl verpasst. Es ist wirklich schwer mit dem Verkehr. Ich wollte noch plötzlich mal ziehen. Ich bin an einem Auto hingeliehen. Bin jetzt wieder an der Laterne oder so. Und diesen Holzpfeiler. Hast du nicht? Ihr seht wohl, wir umfahren. Aber diese Holzpfeiler und Hecken nicht. Wo man manche Hecken mittlerweile noch umfahren kann. Ich guck so auf die Karte. Ich verpenn voll was vor mir. Was? Na ja. Ja. Man sollte nicht immer auf die Karte gucken. Man sollte nicht immer auf die Karte gucken. Was? Man sollte nicht immer auf die Karte gucken. WTF? Ja, es kommt noch nicht, oder? Das ist gleich schon wie bei mir. Ach, voll Degel. Gegen die Brücke liegt. Na ja, ich komm. Weg da. Nein. Ei, ei, ei. Nein. Schub's mich jetzt nicht weg. Ich fall nochmal zurück. Du bist ein bisschen unsicher da oben. Ja, das ist doch ein bisschen unsicher da oben. Nicht so eine Wiss geworden da oben. Ja, was machst du da? Ja, helf mal, ich stehe so weh, geht doch. Mann. Nein, nein, das versteht man ja selbst, der Scheiße. Ich komme wieder zurück. Jetzt weiß ich, warum das so ein Scheiß-Spielbärter hat. Schön, dass wir zwei Runden haben. Ah, was ist das hier? Tja, tut mir leid. Nein! Oh mein Gott. Liech hier oben! Nein, das bringt mich nicht, komm mal. Komm. Na, ich muss halt auch wieder hier immer wieder in dieses Scheißloch rein, ne? Okay, wenn du einmal da ein bisschen verkackt hast, dann ist es aber was. Nein, nein, nein. Jetzt fäng ich mit der Hinterachse dazwischen, komm schon. Fuck. Ich guck das hell. Ich bin ein bisschen am Tanzen da oben. Nichts, echt nichts Besseres zu tun. Das ist so eine kleine Explosion. Dann geht erstmal das Radio an, ganz wichtig. Nein. Fast zu weit gekommen. Ich weiß nicht, ob der Sinn dahinter ist, auf beiden Seiten hochzukommen. Also am Anfang schon, aber danach bin ich mir nicht sicher. Weil ja am Anfang locker beide Reifen laufen. Okay. Okay. Der hat sich plötzlich hier überschlagen. Huhu. Nein, wir versuchen das schon richtig zu lassen. Ich glaube nicht zu lange. Okay, wir hören damit auf. Du hörst damit auf. Dann geht immer das Radio an. Wofür stellt man das im Menü auf? Ja. Lecker. Danke. Ey, ich hasse das. Ey. Okay, wir hören damit auf. Du hast mich runtergedrückt. Ja, ich bin mir da in den Cellich da oben. Ah, ah, nee, nee, nee. Fuck. Wie war das? Ich bin mir da vorne dabei. Ich fall sonst immer hier erst runter. Ich fall sonst immer hier erst runter. Ich komm hier hoch. Hallo. Oh. Du hast mich auf mich drauf geschossen. Ja, aber du kommst ja eh nicht weg. Ja. Warum explodiert der alles? Oh. Du hast mich auf mich drauf geschossen, auf einmal. Auf einmal spawnst du vor mir. Nein, ich explodiert alles. Nein! Komm, siehst du auf mich? Jetzt steh ich hier schräg. Eee, ist das dein Ernst? Ich wusste, weil ich war nicht so blöd, bis da hochzukommen. Ah, nee, nee, nee. Wie hat das denn gemacht? Ja, hättest du mal zugeguckt. Wenn du das wüsstest, ne? Junge. Oh. Ist das dein Ernst? Fahr doch mal schneller. Ja. Ich fahr anständig, jo. Das kann doch nicht sein. Bei uns fahrst du nein. Und wenn ich hinter dir bin. Ist das dein Ernst? Ja. Ah, komm schon. Ach, fuck. Ey, ich fahr immer wieder drauf. Ich fahr촌. Oh. Oh. Ah, das ist ja nur der Computer, ne? Computer, ne? Computer, ne? Oder was? Hä? Ja. Mist. Da kommt nicht eins hin auf den Kopf. Jetzt hätte er mir ein Motor oder alles lassen. Machst du blöd um die Rampe hochzufangen? Ah, ne. Das ist schwer. Ja, deswegen fahre ich ja auch mit dem Ding hier. Oh, jetzt. Ist das im Ernst, oder? Oh! Nein! Ah! Ah! Jetzt stehe ich wieder auf beiden Seiten. Nein, nein, nein. Ich versuche es nochmal richtig. Entschuldigung, es sind zwei Runden haben. Hallo. Das Ding hier. Wieso macht man da Lücken zwischen? Manchmal lebe ich dieses Auto, manchmal hasse ich es. Genau. Mit Schwung in den Abgrund. Ah, ne, mir passiert das gleich. Ah, ich stehe noch, ich stehe noch zwischen den Containern. Ah, ne. Gibt da irgendwann einen Handschuh? Warum? Er schießt der mich? Wer da oben steht, ist das Auto. Ah, was Glück. Lass es mal. Lässt er seine Karre da oben. Jetzt steht da oben der Scheiß. Ah, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Weil er sein Auto da oben stehen lässt. Nein, Lüge. Ich wäre ja schon längst durch. Guck mal Gas da vorne. Steig aus, schubst ihn runter. Steig aus, schubst ihn runter. Steig aus, schubst ihn runter. Heißt er. Nichts nicht weg. Toll, jetzt steht hier noch ein Ausdruck. Ah! Jawoll! Seine Karre entspann ich. Boah, der versetzt sofort. Idiot! Wenn du Bremse drückst, setzt er sofort den Rückwärtsgang ein und ist schneller rückwärts als vorwärts, ne? Meine Güte. Das ist nicht sinnvoll. Oh, aber der scheiß Rückwärtsgang funktioniert. Hey, du kannst mal deine scheiß Autos da unterstellen. Der wäre ja schon in der zweiten Runde. Jetzt stehe ich verkehrt rum. Wir gehen später zurück. Boah! ... ... ... Wie kriegt er wieder sein Auto da oben hin? Was machst du das? Du willst immer hinbleiben! Ja dann fahr doch weg! Warte doch einfach da unten! Ja dann fahr doch mal! Ja dann fahr doch mal! bis oben und dann fällst du runter er baut natürlich auch diese wand so hin dass du gerade mit dem auto unten durchpasst und er parkt sein auto wieder mitten auf die strecke du hast mich heruntergeschubst ja dann store noch wieder neu wie man merkt wie du angepasst ist richtig du musst hier schnell fahren dann kommt sie viel besser drauf ja was meinst du warum du nie da hinten hinkommst ich bin ebenso da hingekommen man muss das denn einmal schaffen siehste und ich bin hinten nicht von dem freuwer sogar gefahren wenigstens ist das auto dahinten ne doch nicht bitte ich bin glück Wir hätten auch gleich eine andere Welt holen können Das war verrückt! Oh nein! Die... Ah! 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 Mein Gott! Dann pack da so'n scheiß LKW im Container rum! Dann pack da so'n scheiß LKW im Container rum! Jetzt! Wie willst'n da drehen? Ah, das geht weiter! Pfff! Puh! Und das so schnell hoch! Ja! Jawoll! Endlich! Endlich! Jetzt ging's erst auch leichter, aber... Ja! Ich komm' einfach nicht mit ihm klar! Mit dem Liberator! Mit dem Liberator! Und dann kommt da noch'n Zug! Schade! Ja! So! So! Da hinten'n Veku! Das roch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab das jetzt wirklich sofort über die Rampen geschafft Ja, aber ich bin aber sofort beim ersten Versuch rübergekommen Mit Vollgas bin ich da rübergefahren Das Auto versetzt Oh, naa na in der Lücke hingewiesen meine Güte warum dreht sich die Hinterachse mit schaupp 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 Ah, du tippst aber schon. Ich glaube vorher, ich hätte noch mit irgendwas nicht gemacht. Ja, hätte man das mit den Rampen angemüht. Und mal zurück hier. Oh ja, er kommt zurück. Ah, ich habe in der Lücke hängen. Was mache ich da? Ja. Bitte, ich bremse. Und das Ding fällt in die Lücke rein. Wow, hochverdienter Sieg hier. Ja. Oh. Das hatte ich eben auch mal, da habe ich mich ein bisschen weitergeräten. Du musst mit Vollgas da rüber. Ne, ach. Ne, von Anfang an. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.